Hallo meine lieben Freunde, wie ihr sehen könnt, ist das Batmobil da. Wir haben es jetzt 1.28 Uhr. Das Batmobil ist gerade eben erst erschienen. So, mal gucken. Batman Arena. Muss man die irgendwie freischalten? Naja. Auf jeden Fall, das Batmobil ist ziemlich detailliert. Wir spielen jetzt mal eine Runde damit. Und dann, ja, dachte ich mir, ich mach mal ein kurzes Video. Ja, also ich bin sehr begeistert, aber sieht richtig, richtig krass aus. Das einzige, wo ich eher unentschlossen dabei bin, ist an den Seiten, weil hier war eigentlich ein Trailer Batmobil Zeichen drauf. Die fehlen. Playstation Network. Kevin. Fertig. 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 Oh, ich denke da. Das war's für heute. Was ich allerdings nicht verstehe, ich hab wirklich gedacht, es kostet Power und ich krieg aber das Spiel hat anscheinend mal 60 FPS Limit oder so. Ich weiß es nicht, aber ich komm nicht über die 60 FPS. Irgendwann aber so. Röhn wie? Ich weiß es nicht mehr. Ich bin boxen. Ich fische jetzt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, ich bin richtig betroffen. Der haut ihn jetzt nach vorne. Ja, sonst einen Grund, die für der Liebsten eigentlich jetzt mal die Batman-Arena spielen, aber sonst einen Grund ist, die noch nicht da und aus sie trägst. Das wäre dann eigentlich die erste Arena, bei der man das wahrscheinlich erst geht. Okay. 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 Juhu! Gut, hab ich jetzt ernstlich noch den Ende ein, oder was? Ah, dann kann ich mich nicht so lassen. Ah! Mann! Mensch, ja! Kann auch jetzt nicht, auch noch. Und er verfehlt. Schon gut. Mann! Komm, eine Minute noch irgendwie in Deutschland. Wow! Und da ist der... Nein! Nicht auch gleich. Ja! 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 Wollación. Kannst duhaus? Jetzt können Sie sich zurückpack protocols zusammen. Dann kann ich diese neuen Staffel kommen? Ahora ich will, jetzt kommen Sie halt so. So, ich hab das Batmobile gesehen, ich bin mal eben bei mir und hier. ich hoffe euch hat das video gefallen schadet euch nicht die arena zeigen konnte ich bin euer anubis wenn euch das video gefallen hat dann lasst dem video einen daumen nach oben da abonniert den kanal ach ich glaube ihr kennt das ganze eh was soll ich euch darum bitten trotzdem danke fürs zusehen bis zum nächsten mal